Gold, du alter Reichsbürger, Corona-Pleite-Tsunami steht vor uns. Dann natürlich auch das Thema Abschaffung von 2 und 1 Cent-Stücken, was das zu bedeuten hat, wie sich die Immobilien in den aktuellen Zeiten entwickelt haben, gerade auch in der Pandemie-Krise. Und auch am Schluss werden wir uns in der heutigen Sendung mit Lagarde und ihrer angeblichen Konjunkturerholung, die holprig stattfindet, beschäftigen. Also wir haben in dieser Sendung einige spannende Themen. Und wie immer wird es uns interessieren, wie deine Meinung und natürlich auch deine Handlungsempfehlungen zu den einzelnen Nachrichten aussehen. Schreib es gerne mal in die Kommentare. Wie immer findest du wichtige Impulse, sowie die vorherigen Sendungen hier auf dem Erfolgskanal und natürlich auch in der Infobox verlinkt. Jetzt kommen wir zu Marc Schiritz. Er ist ja wirklich einer der gewagtesten Personen. Er feuert gegen das Edelmetall Gold. Er sagt, Gold zerstört die Umwelt und bringt kaum Rendite. Er hält ein Plädoyer und vergleicht Gold vor allen Dingen mit sehr, sehr hochgiftigen Materialien wie Asbest oder sogar Quecksilber. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns mal genauer an. Und er hat hier auch die schöne, ernste Gesichtsmimik drauf. Dem scheint das wirklich sehr, sehr ernst zu sein. Hier auch das Thema in die Tonne mit dem nutzlosen Zeug. Und dieser Artikel hat hier wirklich für sehr viel Aufsehen erregt. Also es haben sich auch wirklich Markus Krall, Friedrich beispielsweise und auch andere Experten in diesem Gebiet, die sich tagtäglich mit Gold beschäftigen, sehr kritisch dazu geäußert. Er sagt im Endeffekt hier, dass es nur darin begründet ist, dass Gold jetzt so abgeht, wegen einer Gold-Mafia. Das heißt, hier geht es darum, dass vor allen Dingen diese Gold-Mafia wie ein Markus Krall oder auch andere unterirdische Netzwerke dafür sorgen, dass Gold natürlich explodiert. Und da natürlich die kritische Frage, das heißt ja im Endeffekt, dass Gold erst seit ein paar Jahren oder Monaten erst relevant geworden ist. Das kann man natürlich überhaupt nicht so sagen. Ich meine, Gold hat eine so lange Historie mit ihren 2000 oder sogar länger Jahren, die immer wieder beweisen, der sichere Hafen und vor allen Dingen auch das Vertrauen gegenüber Gold ist einfach da. Und hier argumentiert er zwar mit einer Performance, das heißt, hier wird 0,7 Prozent sozusagen als langfristige Performance gesehen. Und dabei vergisst er einen wichtigen Punkt unserer Meinung nach. Es geht hier nicht um Rendite, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich zu schützen. Das heißt, er spricht sogar hier ein Goldverbot aus, gerade auch für Goldmünzen soll es nicht mehr möglich sein, dass man hier sozusagen auf Gold zurückgreifen kann. Und damit verbaut er im Endeffekt uns, Kleinbürgern, beziehungsweise auch generell den Bürgern, die Möglichkeit, sich unabhängiger zu machen. Denn nichts anderes ist ja das Goldinvestment. Ich sichere mir einfach diese Unabhängigkeit, wenn es mal mit dem Geldpapiersystem nicht mehr weitergehen sollte. Und das ist laut vielen Experten nur noch eine Frage der Zeit. Dann haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, Gold hat bestanden, beziehungsweise ist sozusagen weiter fortgeführt und im Wert auch gestiegen. Aber das Papiergeld und das Geldsystem, das ist sozusagen immer wieder in 97 Prozent der Währungsfälle zum inneren Wert zurückgekehrt. Dazu kommen wir übrigens auch zu einem anderen Artikel. In einem anderen Artikel nochmal dazu, der innere Wert von 1 Cent Münzen ist relativ interessant. Dementsprechend aber auch hier wieder zurück zu dem Thema. Er argumentiert unserer Meinung nach viel zu verschwörungstheoretisch hier auf das Thema Gold. Er sagt auch diesen klassischen Satz, den ich schon immer verabscheut habe, ein Barrengold wirft anders als eine Aktie keine Dividende ab. Das stimmt natürlich und man hört diesen Satz auch oftmals so, dass sozusagen Gold keine Zinsen abwirft. Aber in den heutigen Zeiten, wo wir ja wirklich die Perversität unseres Geldsystems sehen können, kann man durchaus diesen Satz nur noch belächeln. Denn Gold wirft sehr wohl hier Rendite ab und sehr wohl auch Zinsen. Denn in Zeiten, wo Negativzinsen schon ab dem ersten Euro oder bei manchen Banken auch ab 100.000 Euro gelten, sind natürlich auch hier sehr, sehr viele Menschen von Negativzinsen betroffen. Und auf Gold zahle ich diese Negativzinsen natürlich nicht. Das heißt, auch hier haben wir einfach eine klare Fehlargumentation. Gold ist einfach wesentlich attraktiver geworden, auch in Zeiten von Negativzinsen, in Zeiten von einem negativen Realzins. Das Geld wird immer weniger wert, auch wenn wir jetzt vielleicht durch die günstigen Energieträger und Energiepreise eine negative Inflation hatten, gibt es keine wirkliche Argumentation, dass es in der Zukunft nicht zu einer Hyperinflation oder zu einer extremen Inflation kommt. Wir hatten noch nie deflationäre Wirkungen, dass die Preise irgendwie günstiger geworden sind und die Kaufkraft sozusagen zugenommen hat, sondern es ging immer wieder bergab. Es wird ja von der EZB sozusagen immer wieder auch dieser frühere Wert von nahe 2%, der jetzt ja auch schon aufgegeben wurde, weil man es nie erfüllen konnte, das wurde ja immer wieder als Ziel gesetzt, dass man also immer wieder die Preise inflationiert beziehungsweise im Endeffekt wieder die Kaufkraft des Geldes abnehmen lässt. Und das ist meiner Meinung nach hier wirklich auch dieser Aspekt, den ich hier überhaupt nicht verstehe. Er geht hier im Endeffekt nur auf die negativen Seiten ein, bringen natürlich die Umwelt mit ins Spiel, aber das ist natürlich Doppelmoral. Ich meine, auch er trägt eine Jeans, auch er hat Anziehsachen, auch er hat eventuell eben sehr, sehr viele Produkte, die unter den missgünstigsten Umständen produziert werden. Ich meine, nur das Handy alleine mit sehr, sehr vielen Bestandteilen und Rohstoffen ist natürlich jetzt nicht unbedingt das umweltfreundlichste Gerät, was er ja auch sicherlich verwendet, das sei denn, er hat kein Handy. Aber auch hier haben wir eine Art Doppelmoral. Das heißt, nur aufgrund des Edelmetalls zu sagen, ist es umweltschonender, wenn man es ganz lässt und wenn man es sozusagen hier überhaupt nicht verwendet, das ist unserer Meinung nach zu kurz gedacht. Denn nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit, wie es so schön heißt. Und auch hier wird sein weiteres Argument eben sozusagen in Worte gefasst. Der Abbau zerstört Äcker, vergiftet Flüsse und bedroht Naturreservate. Regenwälder werden abgeholzt, um Platz zu schaffen für Goldminen. Kinderarbeit ist dort weit verbreitet. Das heißt, auch hier, natürlich ist es hier schon fast als Pauschalaussage hier zu werten. Also er geht hier wirklich sehr, sehr pauschalisierend vor und unterstellt hier fast schon, dass zwangsweise immer die bittersten Umstände bei der Goldproduktion hier vorherrschen. Ob das natürlich der Fall ist, das muss man wirklich eruieren. Und sich dann hinzustellen und solche Sätze wirklich so leicht aus der Hüfte zu schießen, das ist natürlich die Frage, ob das Ganze so gewollt ist. Und dann geht es auch weiter im Text. Die Probleme sind so groß, dass einige Schmuckhersteller nur noch nachhaltig abgebautes Gold verarbeiten. Aber auch da ist es natürlich so, alleine die Goldindustrie, Schmuck, das sehen viele ganz, ganz anders. Für viele Frauen, für viele Männer ist Goldschmuck sicherlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, da zu sagen, dass Gold komplett wertlos ist, das ist unserer Meinung nach hier eine schlechte Argumentationskette. Es wird dann hier auch immer wieder dieser Absatz zitiert. Gold ist das vielleicht nutzloseste Metall der Welt. Es ist zu weich für Brückenkonstruktionen oder Fahrzeugkarosserien. Es ist zu schwer für Gegenstände des alltäglichen Bedarfs. Als Währung hat es praktisch ausgedient. In allen Industrienationen ist das Geld nicht mehr wie früher an Edelmetalle gekoppelt, sondern allein durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt. Und da mussten wir wirklich herzhaft lachen, als wir uns diesen Passus mal durchgelesen haben. Es ist durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt. Also diese Produktion des Geldes soll also durch die gleiche Menge der umlaufenden Güter gedeckt sein. Das wagen wir doch wirklich zu bezweifeln. Denn immerhin haben wir bei der Bilanz von der EZB, aber auch der FED, neue Höchstkurse. Da haben wir wirklich eine Vervielfachung auch wieder der Bilanzen, beziehungsweise einen starken prozentualen Anstieg. Also sich da dann auch hinzustellen und zu sagen, ja, es ist doch an etwas gedeckelt, beziehungsweise gekoppelt, nämlich den umlaufenden Gütern. Das ist meiner Meinung nach auch wieder zu eingeschränkt. Und man muss auch dazu sagen, die Währungen waren ja noch was wert, als sie an diesem Edelmetallgold gekoppelt waren. Und warum? Weil wir hier vertrauen, weil wir immer auch wieder sehen, in Krisen war Gold immer wieder der sichere Hafen. Das heißt, auch da ist unserer Meinung nach dieses Argument nicht wirklich zielführend. Da kannst du gerne auch mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich finde, Markus Krall hat auch hier einen schönen Tweet abgesetzt, der ihm schön Paroli geboten hat. Er hat vorgeschlagen, dass man einen trinken geht. Und er krümelt sich sozusagen Goldkrümel in sein Trinken. Und Herr Schiritz ist sozusagen mit Asbest und Quecksilber in seinem Getränk mit dabei. Und wer überlebt, der muss bezahlen. Ist natürlich nur Satire gewesen. Aber ich fand das auf jeden Fall sehr interessant, wie die Leute das Ganze auch mit Humor, sage ich mal, betrachtet haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, er argumentiert ja dann auch eher für andere Anlagemöglichkeiten. Und die sind ja auch prinzipiell nicht schlecht. Wertpapiere oder eben auch Ackerland oder Grundstücke, Immobilien. Aber, und das ist ja auch das Wichtigste, ein liberal, freier, denkender Mensch, der sollte begriffen haben, dass natürlich erstens die Leute vollkommen selbst, zu 100% selbst entscheiden können, ob sie Gold kaufen oder ob sie es lassen. Und dann ein Goldverbot auszusprechen. Das ist ja hier ein Zeitartikel aus der Zeit. Das ist unserer Meinung nach sehr, sehr gebieterisch, beziehungsweise hier auch mit Verboten zu arbeiten. Das ist meiner Meinung nach schon fast eine Art Sozialismus, der hier wieder mit Verboten agiert. Ob das so das Richtige ist, mit irgendwelchen Vorgaben zu arbeiten und den Bürger auch einzuschränken in seinem Handeln, das mögen wir absolut zu bezweifeln. Dementsprechend die erste Nachricht hier eine interessante Kolumne, die vielleicht ja auch einfach nur provozieren muss, denn auch da gibt es einige Stimmen, die sagen, ja, Herr Schiritz wollte eigentlich nur den Gold-Hype mitnutzen, um hier wieder zur Bekanntheit zu kommen, wollte auf dem Zug sozusagen aufspringen, indem er eben nicht so wie viele richtigerweise auch Gold als etwas Sinnvolles bezeichnen, sondern indem er eben irgendwelche, ja doch nicht wirklich halt gehaltsvollen Argumente von sich gibt, warum man Gold dann doch nicht kaufen sollte. Dementsprechend das zur ersten Nachricht und das geht wie immer weiter mit einem sehr spannenden Artikel hier von NTV. Experten erwarten Pleite-Tsunami und hier geht es vor allen Dingen darum, Corona trifft vor allen Dingen kleinere Firmen und das finde ich auch sehr interessant. Das werden ja auch vor allen Dingen die Mittelstandsunternehmen sein, die eben nicht wie die großen Unternehmen vielleicht auch schon Millionen, wenn nicht sogar auch größere Beträge zurückgelegt haben, um einfach so eine Krise auszusitzen, sondern es gibt viele kleinere Firmen, die hier von NTV als sehr gefährdet eingeschätzt werden und vor allen Dingen ist hier der wichtigste Punkt natürlich laut diesem Artikel, vom 1. Oktober an müssen die Firmen, die zahlungsunfähig sind, jedoch wieder umgehend den Insolvenzantrag stellen. Das heißt, ausgesetzt bleibt die Antragspflicht nur für überschuldete Unternehmen. Das heißt, im Endeffekt ist diese ganze Insolvenzverschleppung, die ja staatlich auch so verantwortlich war bzw. auch verordnet wurde. Die wird jetzt ab dem 1. Oktober, sprich also in zwei Tagen, wird die aufgehoben und das ist natürlich der springende Punkt, wo wir momentan sehen, da könnte eine riesen Insolvenzwelle auf uns zukommen. Hat man diese dann richtig eingeschätzt oder sind es dann vielleicht doch noch ein paar Nullen mehr an Zombie-Unternehmen? Gerne auch deine Meinung dazu mal in die Kommentare, was du ab diesem Zeitpunkt, womit du rechnest. Wichtig ist aber auch in diesem Zusammenhang fast auch schon der zweite Satz. So heißt es weiter hier in dem NTV-Artikel, ausgesetzt bleibt die Antragspflicht nur für überschuldete Unternehmen. Das heißt, wenn ein Unternehmen so viel Schulden gemacht hat, immer weiter Schulden aufbaut, dann muss es den Insolvenzantrag sozusagen nicht abgeben, auch wenn es faktisch diese Schulden überhaupt nicht mehr zurückzahlen kann oder es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht mehr der Fall ist. Und jetzt ist natürlich der Punkt der, wir haben ja schon einige kritischen Videos auch hier hochgeladen zum Thema Bankensterben, warum es die Banken sehr, sehr schwierig werden in der nächsten Krise, die kommen wird. Und hier heißt es eben, die Banken werden bereit sein, die Füße stillzuhalten und angeschlagene Konzerne die Kredite nicht zu kündigen. Das glaubt jedenfalls ein Investmentbanker namens Oliver Kehren von Morgan Stanley. Und da ist meiner Meinung nach auch das Dilemma schon begraben, beziehungsweise der Hund begraben und ein Riesendilemma aufgetaucht, denn die Banken, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als hier die Füße stillzuhalten, denn du musst dir das so vorstellen, dir schuldet jemand Geld und du entscheidest jetzt, ob du ihm den Kredit kündigst und weißt, das ganze Geld ist weg oder ob du ihn vielleicht noch weiter finanzierst, noch mehr Kredite rausgibst, ihn also da irgendwie wieder rausholen möchtest, weißt aber nicht, ob er es überhaupt mit diesen zusätzlichen Kreditmitteln überhaupt schafft, diese Krise und gerade auch die Pandemie-Konsequenzen überhaupt noch zu schaffen. Das heißt, es ist ein Dilemma. Entweder ist das Geld sofort weg oder es ist später weg und ich habe vielleicht noch Gelder weiter verbraten. Das heißt, auch da sind die Banken absolut mit dem Rücken zur Wand und in einer Bedrohungssituation, ich bin gespannt, wie sie sich schlussendlich entscheiden werden, ob sie da noch weiter Öl ins Feuer gießen werden oder eben sofort den Schlussstrich ziehen. Wir gehen aber eher davon aus, und da würde es uns natürlich interessieren, wie deine Meinung dazu ist, dass die Banken hier das Unheil, sage ich mal, die Katastrophe wieder mal auf Überübermorgen verschieben wollen, wie wir es bei der EZB ja auch schon sehen, und dann erst mal die Füße stillhalten und vielleicht ja noch mit weiteren Darlehen unterstützend wirken wollen. Auch die KfW sozusagen, die Staatshilfen, wo ja auch die Milliardenbeträge noch überhaupt nicht ausgeschüttet wurden. Das hatten wir in der letzten Sendung von Format X. Da sehen wir auch immer noch, dass da ein bisschen Blut im Schuh ist. Also auch da ist es eine sehr spannende Nachricht. Die Experten erwarten Pleite-Tsunami. Wir kommen zu einem weiteren interessanten Thema und auch hier der Tagesspiegel berichtet, warum Deutschland ein und zwei Cent-Stücke nicht mehr braucht. Erstens, die Herstellung ist teuer. Zweitens, die Nutzung ist lästig. Ich denke, da können wir uns wirklich auch einigen. Die Oma, sage ich mal, oder auch der jüngere Herr, der dann sozusagen in dem Geldbeutel noch die paar Cent, sage ich mal, die roten, auf dem Einkaufsband sozusagen ausschüttet. Das ist natürlich keine schöne Situation. Aber, und jetzt kommt man ja auch wirklich hier in diesem Artikel auf eine schöne Anekdote. Hier wird nämlich davon berichtet, dass die Herstellung eines 1-Cent-Stücks 1,56 Cent kostet. Das heißt, es ist, oder hier, 1,65 Cent sozusagen, wird für einen Cent Münze als Kosten entstehen. Finde ich sehr interessant. Das heißt, im Endeffekt verbrennt hier sozusagen diese Prägeanstalt Geld. Das kommt uns bekannt vor bei der aktuellen Geldpolitik, wo ja im Endeffekt auch das Geld nichts mehr wert sein wird, verbrannt wird, auch durch die Negativzinsen verbrennt es. Also da sind sie relativ konkurrent in ihren Entscheidungen, die sie treffen. Aber natürlich ist hier vor allen Dingen auch wieder Vorsicht geboten. Natürlich ist es jetzt hier auch vielleicht ein bisschen einfacher im Alltag, wenn wir diese 1- und 2-Cent-Stücke nicht mehr haben, nicht mehr horten können. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, das ist auch hier übrigens interessant, dann fast die Hälfte der 115 Milliarden Euro Münzen, die derzeit im Umlauf sind. Das sind tatsächlich 1 und 2-Cent-Stücke. Also laut diesem Artikel ist das wirklich schon mal hier, auch wird gleich bewertet, ökonomisch nicht wirklich sinnvoll, weil eben die Produktion so teuer ist. Aber, und jetzt kommt der springende Punkt, das ist ja mal wieder ein kleiner Schritt in Richtung Abschaffung von Bargeld. Wir haben es ja schon bei dem 500-Euro-Schein gesehen, da hieß es ja nicht, ja, das ist unproduktiv, das ist zu teuer, die Produktion, sondern da wurde ja argumentiert, wegen Geldwäsche, wegen angeblicher Kriminalität. Das waren ja alles solche Themen, wo wir uns auch den Kopf eher geschüttelt haben und uns einen Kopf gefasst haben, weil es einfach überhaupt nicht praxisorientiert war. Und den haben sie ja auch schon abgeschafft und die Bürger haben sich nicht dagegen gewehrt. Jetzt fängt man an, und das ist ja jetzt nicht erst seit kurzem im Gespräch, sondern jetzt mal wieder aufgekocht, sage ich mal, die 2- und 1-Cent-Münzen hier aus dem Markt zu ziehen. Was kommt als nächstes? Kommen denn die 5-Cent-Stücke und dann die 10-Cent-Stücke und 2-Cent- oder 20-Cent-Stücke? Das heißt, man kann hier dieses Karussell sicherlich auch noch weiterdenken, denn eins ist klar, viele auch da oben in der Geldpolitik, auch die EZB, haben ja ein deutliches Interesse an einem digitalen Euro beziehungsweise einer digitalen Währung, vielleicht sogar einer Kryptowährung. Da sind ja auch schon in den vergangenen Sendungen hier auf dem Erfolgskanal das ein oder andere Mal drüber gesprochen worden, wie da die konkrete Strategie schon aussieht. Und das ist natürlich richtig so, dass man da wirklich auch auf das Bargeld wirklich auch dafür kämpft. Und ich sage auch so, es ist in der Politik ja oftmals so, dass man einen Schritt vorwärts tut, schaut, ob sich die Bürger wehren, ob da wirklich auch ein Punkt kommt, wo man Widerstand erfährt. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht man noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter, bis man eben irgendwann die Blase zum Platzen bekommt. Und dann weiß man, okay, jetzt ist Schluss, das können wir nicht den Leuten zumuten. Aber auch hier ist es wieder ein kleiner Schritt in Richtung Bargeld, Abschaffung oder eben auch hier zum digitalen Euro möchte man Schritt für Schritt. Das sind kleine Schritte, die sind auch jetzt erstmal natürlich plausibel. Also klar, es gibt für jede Meinung, für jeden Standpunkt, gibt es immer Vor- und Nachteile, das ist auch ganz klar. Aber du kannst gerne mal auch deine Meinung zu dieser ganzen Abschaffung von solchen Cent-Stücken in die Kommentare schreiben. Ist das Ganze sehr, sehr praktisch im Alltag oder siehst du hier auch wieder die ersten schleichenden Prozesse, dass ja eventuell auch wieder das Bargeld- oder Münzgelder scheine, dass das alles abgeschafft wird und dass wir dann schlussendlich auch über eine App bezahlen oder über andere digitale Möglichkeiten. Übrigens, da gibt es auch einen interessanten Artikel oder mehrere Artikel, das sind ja auch schon die Zahlungsanbieter, die sich da wirklich die Zunge nach beziehungsweise alles sozusagen ausrichten und da wirklich Heißhunger haben, auf diese Geschäfte eine digitale, funktionierende Währung zu bauen beziehungsweise auch Zahlungsmöglichkeiten über das Handy anzubieten. Also da sind einige in den Startlöchern und da bin ich auf jeden Fall gespannt und auch hier können wir gerne diskutieren, wie sich dieses Thema mit dem Bargeld entwickeln wird. Wie angekündigt, wollen wir uns auch mit der heutigen Sendung mit den Immobilienpreisen beschäftigen. Da denkt man ja immer wieder, ja, durch die Pandemiekrise sollten die ein oder anderen Immobilien vielleicht auch mal gesunken sein, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also tatsächlich ist der Trend ungebrochen. Die Tagesschau berichtete hier am 24.09. dass die Immobilienpreise weiter angezogen sind. Laut dem Statistischen Bundesamt verteuerten sich so die Wohnungen und Ein- und Zweifamilienhäuser im zweiten Quartal im Schnitt um 6,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Also das ist wirklich auch eine unbegreifliche Zahl. Wir müssen hier wirklich auch dazu sagen, wir befinden uns hier schon in einer sehr, sehr starken Blasenbildung. Ich habe es auch schon immer wieder mal gesagt, wir haben nicht die Tendenz, dass auf einmal die Immobilie und die eingebauten Rohstoffe oder die Lage auf einmal mehr wert ist, sondern im Endeffekt nimmt einfach nur konsequent unsere Geldkaufkraft ab. Und das ist auch der springende Punkt. Nicht die Immobilien sind mehr wert, sondern unser Geld ist weniger wert. Das heißt, wir können uns einfach weniger von dem Geld leisten. Aber im Endeffekt, wenn ich mir für 200.000 Euro Anschaffungskosten, Herstellungskosten oder 300.000 oder 400.000 Euro, je nach Region sozusagen ein kleineres Einfamilienhaus kaufe, das sind ja jetzt nicht mehr, die Zeiten sind vorbei, wo ich dafür 300 Quadratmeter bekomme. Sei denn, ich bin irgendwo in Düsseldorf oder im Ruhraport, das heißt dann auch wirklich die, oder Gelsenkirchen, das sind ja auch noch andere Lagen, sage ich mal, verglichen mit Hamburg oder München. Aber da muss man ganz klar sagen, ist es wirklich schon eine Katastrophe, wie sich diese Immobilienpreise hier entwickelt haben. Es wird ja auch selbst in den Metropolen, wo ja die Preise ohnehin schon abnormal hoch sind, um 6,5 Prozent haben die zugelegt. Die Eigentumswohnungen stiegen hingegen, und jetzt, ich finde das Wort hier schön, nur um 6,1 Prozent. Natürlich freut man sich da hier als Immobilienbesitzer, hat alles richtig gemacht. Aber ob diese Tendenz hier wirklich so erfreulich ist, weil irgendwann, und da sagen auch ganz, ganz viele, schon das Unheil hervor, beziehungsweise die Blase hervor, wird es eben auch der Fall sein. Wenn wir in eine Krise kommen, was passiert als erstes? Gehälter fallen weg. Wenn die Leute nichts mehr verdienen, vielleicht sogar Doppelverdiener waren, und jetzt auf einmal vom Arbeitslosengeld leben, dann können sie natürlich eventuell die Miete nicht bezahlen. Das heißt, auch da ist es die Frage, gerade auch in München reden wir hier natürlich über Beträge, oder in Hamburg, das ist ja nicht mehr feierlich, was man da an monatlicher Miete bezahlen muss, ob man das dann auch noch hinbekommt, das ist die andere, weil ich habe ja die andere Sache, ich habe ja auch noch andere Ausgaben, also wir sehen das relativ kritisch, auch für Immobilieneigentümer, hier dann auch wirklich zu denken, das geht immer noch weiter so, und die Party wird immer weiter gehen, und ich werde immer wieder meine Miete kassieren. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, wenn ich mir zur Eigennutzung eine Immobilie kaufe, kann ich natürlich auch profitieren, weil ich erstmal keine Miete mehr bezahlen muss. Das sollte aber, und das ist natürlich dann auch der intelligenteste Weg unserer Meinung nach, eben nicht die übertriebene Luxusvilla sein, das ist jetzt natürlich Geschmackssache, aber eben zumindest einfach mal eine grundsolide Immobilie zu haben, die nicht zu groß ist, wo also meine Unterhaltskosten und meine Heizkosten beispielsweise alle schön gering sind, dann kann ich in einer Krise eben dieses Messer, sage ich mal, umgehen, das offene, dass ich irgendjemand noch eine Miete zahlen muss, und dann eins wird lustig, wenn wir zu einer Hyperinflation wirklich tendieren, beziehungsweise das Geld nichts mehr wert ist, dann möchte ich die Immobilieneigentümer sehen, die Immobilienheiler draußen, die dann so gnädig sind, und sagen, ja, natürlich darfst du für das Geld, was du mir überweist, was zwar komplett wertlos ist, in der Wohnung weiterleben, und musst im Endeffekt damit dann faktisch keine Miete mehr bezahlen, also auch das wagen wir hier sehr zu bezweifeln. Das heißt natürlich, bei einer Hyperinflation haben wir noch ganz, ganz andere Probleme, aber das muss man immer wieder auch als Hausbesitzer, gerade auch als Kapitalanlager, Anleger sozusagen immer wieder berücksichtigen, was passiert, wenn es doch mal zu einer Immobilienblase kommen sollte. Ich meine, in Zeiten, wo wir wirklich so viel Unsicherheit haben, und trotzdem steigen die Immobilienpreise, das ist einfach nicht mehr rational, das ist einfach nicht mehr begründet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das große Problem, was sind die Alternativen. Viele gehen auch an dieses Thema ran und sagen, Immobilien sind eben nun mal die einzige Sachinvestition, neben Edelmetallen, neben Aktien, die sozusagen auch noch eine Rendite abwerfen, gerade auch im Hinblick auf Negativzinsen, kann es natürlich dann auch wieder lohnen, selbst wenn ich nur in großen Metropolen meine 1-2% Mietrendite bekomme, mittlerweile nur, oder auch in anderen sind es ja auch noch höhere, da haben wir teilweise 4-5%, wobei ich da auch schon relativ lange suchen muss. Das heißt, auch hier gibt es immer wieder zwei Seiten von der Medaille. Mich würde interessieren, wie schätzt du aktuell den Immobilienmarkt ein? Lass gerne mal einen Kommentar für die Community in der Kommentarbox nochmal da. Und wir kommen zur letzten Nachricht, doch da ist wieder was zum Lachen mit dabei. Ein Spaß, wir bleiben natürlich ernsthaft. Lagarde nennt Konjunkturerholung holprig. EZB hält sich bereit. Das heißt, auch hier ist laut Reuters tatsächlich wieder mal eine sehr, sehr schöne Nachricht rausgekommen. Sie sprach am Montag über eine Videoschalte darüber, dass ja auch die Erholung zwar immer noch unvollständig oder unsicher und holprig hier vollzogen wird, aber ich finde, es ist schon eine Farce, beziehungsweise auch wirklich ein Fehler, hier von einer Erholung zu sprechen. Also bis jetzt haben wir auch von sehr, sehr vielen Artikeln und auch grundsätzlich von unserer eigenen Meinung her und Wahrnehmung von den Insolvenzen her, von den Zombie-Unternehmen, die jetzt noch im System sind, die auch die gesunden Unternehmen eventuell hier in Mitleidenschaft ziehen. Da können wir aktuell wirklich nicht ernsthaft von einer Erholung sprechen, selbst von einer Unvollständigen nicht und einer Unsicheren und Holprigen erst recht nicht. Es hat noch keine Erholung stattgefunden. Die Pandemie und gerade auch die Konsequenzen daraus, die ja politisch gezogen wurden, sind bei Weitem noch nicht durch. Wir wissen ja noch nicht mal, ob ein zweiter Lockdown vielleicht beschlossen wird, was ja auch eine Katastrophe noch mal zusätzlich für die ohnehin schon angeschlagenen Mittelständler und den anderen Unternehmer werden. Das heißt, auch hier finde ich diesen Artikel schon sehr gewagt, beziehungsweise die Aussage, hier von einer Erholung zu sprechen. Und jetzt kommen wir auch noch mal zu einem Absatz, den muss ich wirklich hier vorlesen. Lagarde betonte, Die EZB sei nicht zufrieden mit der Situation, dass ihr Inflationsziel von knapp 2% verfehlt werde. Das heißt, sie will immer noch verkrampft diese Inflation herbeiführen, schafft es wieder mal nicht. Wir haben ja, wie gesagt, diese negative Inflationsrate bedingt durch die günstigen Energiekosten. Das ist ja wenigstens mal eine positive Sache, wo unsere Kaufkraft etwas ab- bzw. zugenommen hat. Das hat sie sicherlich der eine oder andere bei der Ölbetankung oder Gasbetankung gemerkt. Aber man muss ganz klar sagen, diese knapp 2%, die wurden ja auch schon wieder abgelegt. Also mittlerweile macht die EZB, was sie möchte. Sie druckt weiter Geld, die EZB-Bilanz sowie die FED-Bilanz. Die hatten wir in der letzten Sendung ja auch schon. Die sind aufgebläht. Noch und nöcher. Und jetzt finde ich interessant die Aussage. Die finde ich echt gewagt. Die Notenbank habe in der Vergangenheit aber bewiesen, dass sie ihre Instrumente erfolgreich nachschärfen könne. Sei es eine Änderung des Fokus oder auch eine Erhöhung des Volumens ihrer Maßnahmen. Die EZB sei immer darauf vorbereitet, solche Schritte zu unternehmen, um ihrem Mandat sozusagen nachzukommen, betonte sie. Das heißt, ich finde hier schon Eigenlob, das ist so eine Sache. Ich sage auch immer, ja, Eigenlob ist jetzt nicht so das Schönste, das Charmanteste, was man machen kann. Das heißt, laut ihrer Aussage konnte die Notenbank die EZB also schon beweisen, dass die Instrumente erfolgreich funktionieren beziehungsweise auch hier nachgeschärft werden können. Und im Endeffekt hat man nichts anderes gesehen als in der Vergangenheit, dass die EZB permanent ihre Inflationszielthematik nicht einreichen konnten und einhalten konnten, dass sie permanent eigentlich nur dabei waren, irgendwie verkrampft noch die Wirtschaft zu retten mit günstigem Geld und haben immer wieder gemerkt, oh, das funktioniert ja nicht, wir müssen noch einen Schritt weiter runter, noch einen Schritt weiter runter. Also mit erfolgreich nachjustieren und erfolgreich nachschärfen, das wäre wirklich eine Falschaussage, die wir hier tätigen können. Es ist ja auch mittlerweile so, dass Christine Lagarde über Negativzinsen nachdenkt, weil die bisherigen Instrumente nicht funktioniert haben. Im Gegenteil, wir haben hier eine super Vergleichsfunktion mit einer Zahnpastatube. Wenn ich erstmal auf die Zahnpastatube draufdrücke, kommt die Zahnpasta raus, aber es wird sehr, sehr schwierig, diese Zahnpasta jetzt wieder in diese Tube zurückzutun. Das wird eine Sisyphus-Tat und so ähnlich ist es mit der Geldpolitik. Wenn das Geld erstmal gedruckt ist und in den Umlauf kommt, dann ist es erstmal gedruckt, das Kind ist in den Wunden gefallen und das ist auch die Schwierigkeit, wo wir hier sehen, dass die Instrumente unserer Meinung nach gar nicht mehr funktionieren können, weil wir eben diese Allokation, dass die Leute, die die Industrie wirtschaftlich sozusagen investieren sollte, Innovationen voranbringen sollte, das nicht wahrnehmen werden oder eben realisieren werden. Warum? Weil eben nicht nur die Geldpolitik entscheidend ist für die Entscheidung eines Unternehmers, sondern natürlich auch zu Recht die wirtschaftliche Zusammenhänge. Das heißt, wie ist denn die Sicherheit momentan, dass meine Investitionen sich auch auszahlt? Die ist ja relativ gering momentan. Das Risiko, dass wir eventuell noch andere Konsequenzen von Vater Staat hier zu hoffen haben beziehungsweise zu erwarten haben oder zu befürchten haben, das ist das richtige Wort, das wird viel, viel größer sein und da würde ich natürlich einen Teufel tun, selbst wenn ich die Kredite fast geschenkt bekomme, ich zahle ja trotzdem meine Zinsen darauf, ich muss es ja trotzdem zurückzahlen, würde ich als Unternehmer in der jetzigen Situation tunlichst auf Investitionen erstmal sehr, sehr vorsichtig zumindest damit vorgehen, denn ich weiß einfach nicht, wie sich es in der Zukunft entwickeln wird und da ist es mir auch schleierhaft, wir haben ja auch in den letzten Sendungen auch von dem IFO-Institut gehört, da wird ja sogar eine Wachstumsprognose, eine positive abgegeben für dieses Quartal, also das ernsthaft zu behaupten, das ist natürlich auch schon allerhand und die EZB hier sieht sich also wieder mal in einer guten Position, sie sieht sich erfolgreich als Nachschärfe, als Nachjustierung, als wenn man der Geldpolitik aktuell nur den Feinschliff verpasst, aber alles läuft doch eigentlich gut, das sind doch wirklich nur Kleinigkeiten, die hier sozusagen auf uns warten und die man nur noch beheben muss und gerade auch diese Überschrift finde ich immer sehr interessant, die EZB hält sich bereit, ja mit was behält sie sich denn bereit oder hält sie sich bereit, das ist natürlich weiter das gleiche Instrument und wie auch vor der Corona-Krise, der Pandemie-Krise, noch mehr Geld drucken, noch mehr die Zinsen, im besten Fall sozusagen für die EZB, im schlimmsten Fall für die Bürger, in den Negativbereich, wo wir auch schon faktisch sind, weiter nach unten zu gehen, weiter die Banken zu zwingen, sozusagen diese Kosten an die Kunden weiterzugeben, ich meine, man muss sich auch hier wieder das Grundverständnis sagen oder auch hervorrufen, die Banken sind ja momentan für die Einlagen der Kunden schon verpflichtet, einen negativen Zinsen zu zahlen, bei der EZB zahlen sie diese minus 0,5% und jetzt ist es im Endeffekt ja auch klar, wenn die EZB weiter die Zinsen in den negativen Bereich senkt und die Banken auf einmal 1% zahlen oder 1,5%, naja, man muss hier nicht wirklich allzu schlau sein, um eben die Folge daraus zu kristallisieren, dass natürlich die Banken irgendwann dadurch kaputt gehen werden oder zumindest diese Kosten auf die Kunden abwälzen und was das natürlich bedeutet, sind natürlich Massenabwanderungen von Kunden, Banken werden Kunden verlieren, Banken werden ihre Kunden verärgern, wenn man sich hier eben keine Alternative aufbaut, ist das Thema Negativzinsen ja auch schon in unserem Format X hier besprochen worden, dann wird es relativ schwierig, diese Zeit. Dementsprechend möchte ich dennoch positiv hier beenden mit dem absolut genialen Support von eurer Seite, der Erfolgskanal hat in den letzten Wochentagen wirklich so stark an Relevanz bzw. an Community-Mitgliedern dazugewonnen und genau das ist unser Ziel hier mit dem Kanal, wir wollen die größte Community für Finanzen und wirtschaftliche, aber auch politische Themen werden, es gibt ja auch eine eigene Serie, wo wir immer wieder renommierte Experten zu Wort kommen lassen. Dafür bedanken wir uns erstmal wirklich von ganzem Herzen das gesamte Team hier hinter dem Erfolgskanal. Es wird regelmäßig, es wird täglich neue Videos geben, wo wir euch aufklären, wo wir euch die wichtigsten Informationen hier geben und das Wichtigste, das ist das Kernstück, deine Meinung zählt. Schreib sie gerne unter jedem unserer Videos, was du über die Themen denkst, in die Kommentare, das wird uns sehr, sehr viel bedeuten. Natürlich wird es uns auch bedeuten, wenn du das Video hier auch nochmal mit einem Like belohnst bzw. für weitere Folgen natürlich auch teilst mit anderen, die diese Themen vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben, die sich noch in einem finanziellen und wirtschaftlichen Schlaf, Tiefschlaf befinden. Auch das ist unsere klare Botschaft dann auch da draußen, dass man sich jetzt vorbereiten sollte, bevor es zu spät ist. Dementsprechend, wir freuen uns auf deine Resonanz und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Erfolgskanal.